Guten Tag, hier ist der Guzoa. Yeah! CoC ist am Start und Rampless ist auch wohl wieder am Start. Ich verlinke das mal hier, wenn ich das nicht vergesse. Und der will wieder anfangen. Er hat ja schon mal einen Neustart probiert. Und ja, denke ich mir auch, die Zeit dafür dann doch nicht gefunden. Weil das halt wirklich eben extremst viel Zeit ist. Da muss ich ihn auch wirklich irgendwie in Schutz nehmen. Das ist ganz klar. Und dann muss man halt wirklich gucken irgendwie. Muss man Prioritäten im Leben setzen. Das ist schon vollkommen richtig. Also, das finde ich auch nicht weiter wild. Und ja, wie gesagt, wenn du es guckst, Rampless, cooler Bizeps ist es geworden bei dir. Läuft. Wir sind nicht irgendwie, wie soll ich sagen, wir sind nicht irgendwie eigentlich böse auseinandergegangen. So auf keinen Fall. Bloß die Sache ist die, ich fand das halt ein bisschen doof, dass er nichts gesagt hatte, als er halt einfach sozusagen weggegangen ist. Und dann einfach, ja gut, okay, zack, aus den Kontakten rausgenommen. Und dann dachte ich mir noch, okay, schade. Aber wie gesagt, Schwamm drüber, alles cool. Wie gesagt, hat man ja bei Areto auch gesehen. Man kann einfach, man ist einfach reif genug. Man kann auch einfach mal aufeinander wieder zugehen und fertig ist das Ding. Von daher passt das. Hier haben wir wieder etwas Loot. Ich muss wirklich sagen, ich wollte nämlich schon sagen, jetzt ist der Loot vorbei. Aber ich denke mal, hier so ein bisschen was geht dann wohl doch noch. Und ich probiere hier einfach noch, das Äußere hier rauszuziehen. Mal gucken, wo haben wir... Hier haben wir noch was. Da können wir noch die Wallcuren rein drücken. Und die Golems haben es garantiert jetzt schon auseinandergerissen. Nee, obwohl, die sind sogar noch am Start hier. Yeah, das gefällt mir. Aber ich will gar nicht so weit rein. Ich will eigentlich wirklich nur den Loot außen. Und dann gucken wir mal, was hier geht. Was haben wir denn hier? Ja, das ist doch nett. Gucken wir mal, was wir hier mit dem Rage machen können. Queen und King. Und dann sollten wir hier, wie gesagt, nicht zu weit draußen rumrennen. Weil ich denke halt einfach, beziehungsweise nicht zu weit rein rennen. So, ich erzähle hier schon so viel Muß. Weil die halt wirklich sonst kaputt gehen mit den Infernus und sowas. Dafür wollte ich jetzt einfach wirklich nur den Loot von draußen und dann passt das. Wir haben es geschafft. Juhu. Immerhin. Ja, es ist okay. Es ist okay. Aber wie gesagt, also ansonsten gibt es den Loot jetzt mittlerweile meiner Meinung nach nicht mehr so krass. Und deswegen würde ich gerne auch wieder so ein bisschen umstellen. Und zwar, ja, ich meine... Na, ich könnte eigentlich... Ah, was können wir machen? Ich würde mal ein paar mehr Valkyren nehmen. Aber wiederum ohne Golem ist auch kacke. Ach ja, das sind die Fragen, die man sich immer wieder stellt. Andere sagen sich, welches Auto soll man kaufen? Ja, und man als YouTuber sitzt da. Nimmt man die Valkyre oder bei Golem? Das ist hier die Frage. Aber wen interessiert's? Ach komm, Spells lasse ich erst mal so. Gucken wir mal, wie das so läuft hier. Und dann ist das schick. So, jetzt gucken wir mal, was überhaupt im Plan... Achso, nee, da hatte ich ja schon schön gespendet hier, so wie sich das gehört. Gucken wir mal, was Alexander hier rausgehauen hat. Ja, ich meine, das ist natürlich auch nicht so ein schlechter Loot, wa? Würde ich mal sagen. Und er hat definitiv bessere Truppen dafür. Dass man halt wirklich sagen kann, gut, okay, man rasiert das hier so langsam weg. Und dann eben hier auch schön einmal drumherum, sag ich mal. Bin ich gespannt, wie er das macht. Drei Heel, hoffen wir mal, dass die Sprung fallen. Oh, da... Ich wollte schon sagen, Alter, da noch kein Heel gedroppt. Krasses Pferd. Schade, die laufen rein. Da ist natürlich dann der Heel total für den Hintern, klar. Haar für Haar. Sehr geil. Ja, gefällt mir, Junge, gefällt mir. Alter, was hat er da gemacht, Junge? Alter, wie ist er eskaliert? Also, ich hätte das ja ganz anders gemacht. Ich weiß nicht, wie ihr das jetzt gemacht hättet. Aber seht ihr das auch so? Also, ich wäre jeweils dann eben mit den Riesen immer ran. Zack, zack. Und dann halt, also beziehungsweise vorher schon ein bisschen gekleert, dass ich halt wirklich die Ressourcen außen bekommen hätte. So hätte ich das probiert. Aber gut. Lief halt jetzt nicht so optimal. Aber ansonsten passt das schon. Ne, also da hätte ich mich jetzt wirklich nicht... Also, ihr habt es ja gesehen. Der Angriff davor. Dann halt wirklich, ah gut, okay, gucken wir mal, was kriegen wir draußen weg, wa? Wenn die Minen und Sammler halbwegs voll sind, dann kann man das ja schon mal bringen, auf jeden Fall. Und jetzt gucken wir mal. Yes. Yes von Fire Bayer Ist eine Verteidigung. Ja, diesmal gucke ich richtig drauf. Also, wenn er Yes schreibt, würde ich mal ein bisschen spoilern und sagen, eventuell hätte er es vielleicht geschafft. Schauen wir mal. Wollen wir uns jetzt mal richtig geben, Junge. Also, wo sind die... Genau, da kommen die Maul... Alter, Alter, hat er es leider ein bisschen verkackt. Und da kommt er auch nicht mehr durch. Nein, ganz klare Sache. Ich meine, mit den Packers dürfte er noch Glück haben. Die haben dann kein Target mehr und gehen rein. Ganz genau. Da hat der Gegner halt noch Glück gehabt, klar. Der Rage war jetzt auch nicht so verkehrt. Der Freeze war ein bisschen früh, oder? Aber, wie gesagt, da bin ich ja eh so ein bisschen No-Hand. Er kommt auf jeden Fall verdächtig nahe, ganz klar. Alter, Alter. Krass, und das ist aber... Ja, klar, es sind halt Golems und die sind halt auf Death fixiert. Aber richtig krass. Und da hat er noch einen Golem. Ja, okay, da geht die Queen halt drauf. Also, auf den Golem und will... Alter, ganz ehrlich, das Ding war ja... Das war ja Premium. Also, klar, man hat schon mal andere im CW dann auch gesehen, wo es dann wirklich so gerade so oder dann gerade noch den Earthquake raufgeballert und damit dann noch das Town Hall weggeballert. Aber, ganz ehrlich, das war echt eine krasse Nummer, oder? Also, was sagt ihr dazu? Das war doch schon mal ein richtig, richtig geiles Teil. Das müssen wir uns einfach noch mal kurz geben. Also, der erste Bereich, sagst du ja auch, na gut, okay. Ist ja so, guckt mal hier. Also, auch gut aufgesprengt, dass man in die Compartments kommt. Aber war eventuell sogar fast ein Fehler. Ich würde das gerne noch mal direkt von vorne angucken. Weil, würde ich sagen, gucken wir uns das an. Zack. Ja, und zwar wäre das... Jetzt ist eure... Wir machen jetzt hier diese Frage-Antwort-Stunde. Wenn ihr die seht. Und der... Sag ich jetzt mal, der Earthquake ist zur Verfügung. Klar, den hat man nun und fertig. So, dann ist doch aber die Sache die... Da hat er sich doch selber jetzt noch ein bisschen reingeritten. Wenn er... Weil... Dann habe ich es wiederum... Ich gehe davon aus, dass der einfach auch dachte, dass der die 50% auch noch holt. Weil ansonsten ist das ja jetzt ein Fehler von ihm gewesen, dass er hier den Earthquake gerade in der Position gemacht hat. Weil, klar, somit hat er die Mauern auch aufgesprengt. Und wir sehen es jetzt gleich. Guckt mal. Hat die hier gedroppt. Und hat jeweils hier noch die Enden... Nein, nicht nur die Enden, sondern hat große Teile der Mauer mitgenommen. Und damit natürlich die Compartments hier auch noch aufgemacht. Das war natürlich blöd für ihn. Sonst hätte er definitiv das Townhold zumindest bekommen. Aber ich gehe davon aus... Guckt mal, er hatte Max Helden. Und ist komplett durch, sage ich mal. Der Junge. Und von daher, denke ich mal, ist der einfach davon ausgegangen, den rotze ich hier nieder. Und da passiert gar nichts. Guckt mal hier, Adler, Artillerie, Golem. Bam, bam, bam. Also wirklich auch im richtigen Moment geraged. Wo man sagen würde, Alter, der Junge hat eigentlich nicht wirklich viel falsch gemacht, wa? Guckt mal hier, hier haben wir die Queen von ihm. Hier jetzt gefreezed. Und in dem Fall natürlich auch der Golem. So, und guckt mal. Der King ist aufs Rathaus. Und dann wird er aber wieder abgezogen. Und weil die Queen bestimmt angefangen hat zu tacklen. Also die CB Queen sozusagen. Die vom Fire Buyer. Alter Verwalter. Dann die Ability gezogen. Alter, hat er ein Schwein gehabt. Aber Jungs und Mädels, das ist eine Nummer. Und ganz ehrlich, mit den Truppen, oder? Also das ist schon eine harte Nuss. Das hätte ich gedacht, gut, okay. Weil guckt mal, sind wir mal ehrlich. Ich meine, das waren auch nur Neuner-Mauern. Ja, also wenn man jetzt sagen würde, so Dev-mäßig ist er ja soweit ganz gut aufgestellt. Aber hier sehen wir auch noch ein Zwölfer-Kanon. Und dann auch die Bogey-Türme noch nicht alles komplett. Also die ist noch nicht komplett maxed. Und dann wiederum mit den Truppen ist ein bisschen, ich glaube, der wird sich so ein bisschen in seinen Hinterteil gebissen haben. Richtig gut, dass er den gepostet hat, der Fire Buyer. Läuft auf jeden Fall. Ja, ansonsten, wie gesagt, mit dem Loot. Ich zeige euch das gerne. Hier, guckt mal kurz in meinen Angriffs-Lock rein. Ist echt zurückgegangen. Also ist wirklich, ganz ehrlich, ist zurückgegangen. Hier auch nochmal nett, aber nicht mehr so exorbitant krass, dass man sagen konnte, gut, okay, immer 400 von beidem nehmen wir uns mit und fertig. Aber gut, so ist das halt. Aber, also ich würde wirklich sagen, das lag garantiert an den gebannten X-Modern. Und dann ist das so. So, dazu das. Die war richtig geil. Boah, ich guck mal, vielleicht kriegen wir noch eine. Oh, oh, oh. Wir sehen ein Live, ne, nicht ein Live-Fight, ist Quatsch. Wir sehen ein Fight vom Lichtle Bob. Er würde ihn ja nicht geteilt haben, wenn er nicht mal richtig geil gewesen wäre. Also er spammt hier richtig schön mit Hexen rum. Jetzt geht die Eagle-Artillerie. Ja, komm, 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 Junge. Bäm. Weggerotzt, das Ding. Ah, ich meine, er war auch so ein bisschen gerusht, muss man ja mal sagen. Also so ein kleines bisschen mit Sechser und Siebener Mauer in den Town Hall 11 Bereich ist natürlich so eine Sache. Auf jeden Fall. Ah, aber der Single-Inferno auf, äh, ja, auf Single halt. Der Single-Inferno auf Single. Juhu. Äh, der ballert dir natürlich dann auch richtig eine rein, wenn halt wirklich der relativ gut steht, dass du halt nicht so gut rankommst. Auch zum Beispiel mit der Queen nicht wirklich. Und dann kann der dir richtig ordentlich die Beine wegziehen. Auf jeden Fall. Hier der große Wächter. Ich meine, die Entfernung vom Wächter ist natürlich echt episch. Wirklich. Die ist richtig krass, aber er bringt ja nicht so viel. Aber klar, spieleentscheidend bei manchen auf jeden Fall. Aber wie gesagt, wisst ihr selber, da brauche ich mich noch nicht so viel mit Interessieren. Vor allen Dingen, äh, mit, äh, auseinandersetzen, weil das einfach bei mir noch nicht so wirklich interessant ist. Aber ich habe auch nur noch 29, äh, Neuner Mauern. Das heißt, wir sind kurz davor, dass sich das, Alter, da hat es mal richtig zerwichst. Äh, ja, dass es halt ordentlich, äh, mal auf Town Hall 10 geht, wa? Ja, weil ich kriege ja schon immer wieder die Fragen, oh, wie sieht es aus, wann gehst du endlich Town Hall 10, wann gehst du endlich Town Hall 10? Ja, ich mache das ganz einfach. Maxed. Aber wirklich immer wieder, ich muss das immer wieder sagen, maxed im sinnvollen Bereich. Also klar, alles soweit komplett. Oben auch die Mauern halt, wie gesagt, das ist ja immer so eine Sache, ja, ich bin maxed out. Ich bin maxed out. Was kostet es denn, eine Base auszumexen im Level 9er Bereich? Das ist gar nichts. Das ist gar nichts. Selbst wenn wir jetzt mal einfach nur mal höher rechnen würden. Guckt mal hier. Hier sind wir bei 6,4 Millionen. Minenwerfer, bestes Beispiel. Der kostet ja jetzt 6,4 Millionen auf 8, kostet aber die Hälfte, also 3,2 Millionen auf 7, wenn ich mich nicht komplett irre. So, dann haben wir das beste Beispiel. Wenn du sagst, oh cool, ich habe alle 4 Minenwerfer auf Level 7. Juhu. Das sind einfach mal, um das entgegengesetzt oder zu vergleichen, das sind einfach mal 4 Mauern auf 10. Du hast aber 250 davon. Einfach mal, um die Relation zu sehen. Also man kann einfach nicht sagen, oh cool, meine Death ist gemaxed. Das hat mich, ich sage jetzt mal, roundabout würde ich jetzt mal sagen, 50 Millionen gekostet. Hoi. Ey, super toll. Das ist gar nichts. Das ist wirklich gar nichts. Und dieser Gedanke muss einfach meiner Meinung nach so im Kopf drin sein. Und wenn ich halt eben, also ich würde auch sagen, wenn ich jetzt zum Beispiel hochgehe wieder in Town Hall 10. Was heißt wieder? Ist ja das letzte Mal vor zweieinhalb Jahren gewesen. Und wenn ich halt hochgehe, bleiben meine Mauern definitiv erstmal komplett auf 10. Ganz klar. Death wird erstmal gebaut, klar, und auch gemaxed. Logisch. Und dann sieht man weiter. Klar. Mal schauen, wie ich es mache. Ich denke mal, ich werde die Helden, weil ich mir ja jetzt selber den Gefallen mehr oder weniger getan habe. Dass ich halt gesagt habe, gut, okay, komm, Helden so weit schon oben. Dass ich sage, gut, okay, die Helden bleiben erstmal auf 30. Und dann erstmal die Truppen upgraden. Dass man da dann halt wirklich komplett safe ist. Besonders hier zum Beispiel so eine Maxt-Valkyre ist natürlich echt ein nice Ding. Und dann kann man mit der auch viel besser angreifen. Also so wird es dann bei mir aussehen. So geht es dann weiter. Das heißt wirklich Mauern erstmal lassen. Helden höchstwahrscheinlich erstmal lassen. Und dann richtig schön Death-mäßig loslegen. Und natürlich mit das Erste, was sein wird, sind auf jeden Fall die Armeelager. Definitiv von 7 auf 8. Das muss einfach sein. Ganz klarer Fall. Dann einfach mit 240 Truppen angreifen können. Ist schon definitiv eine ganz andere Nummer. Das soll es von mir gewesen sein. Jetzt wisst ihr wieder ein bisschen mehr. Wenn es euch gefallen hat, das ist ein Daumen, das ist ein Daumen. Und guckt euch das mal an. Ich kann den sogar so machen. Yeah. Bis dann. Ciao, ciao.